Moin, da bin ich. Ich dachte, ich zeige euch mal was. Und zwar habe ich jetzt dadurch das Fassen so viel abgenommen und dachte, dass ich vielleicht dadurch auch meinen Babybauch los werde. Beziehungsweise, ich habe ja drei Kinder bekommen und ja, so sieht mein Bauch heute aus. Ich ziehe den nicht ein, wenn ich ihn rausstrecke, sieht er so aus. So sieht er aus, wenn er normal hängt und ich habe einfach so viel überschüssige Haut. Und nein, ich bin ausgebildete Fitnesstrainerin. Es kommt nicht vom Nicht-Trainieren oder irgendwas. Es ist halt einfach so und da muss ich mit leben und ich lebe auch lieber damit, als dass ich meine Kinder wieder hergeben würde. Da bin ich absolut überzeugt von. Also, ich wollte mir dieses Kleid auf jeden Fall nähen und das ist bei Kleidern halt immer so, vor allem wenn wir ein bisschen enger sind, dass das dann ja doch so ein bisschen durchdrückt. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal was. So, hier ist meine ganz normale Unterhose. Da schneide ich einfach oben das Gummiband ab, mit einem kleinen Rand, so in etwa zwei Zentimeter, damit ich da auch nähen kann. Dann nehme ich bei mir an der Hüfte dieses Maß, da wo das Gummiband immer so eindrückt an der Hüfte und lege mir dann die abgeschnittenen Unterhose auf ein Stück Stoff, klappe das über, so in der Höhe, wie ich es an der Hüfte gemessen habe. Schneide das dann in zwei Teile und dann sieht das so aus. Und weil oben an der Taille ich ja weniger Umfang habe als unten an der Hüfte, an der Unterhose, mache ich da nochmal so einen schrägen Strich und schneide das nochmal so ein bisschen schräg ein, damit das hinterher an der Taille auch besser passt. So, nun habe ich diese verschiedenen Teile und jetzt kann ich mir einfach aus meiner normalen Unterhose, von denen ich ja tatsächlich ganz schön viele habe, als Upcyclingprojekt eine schöne High Waist, also einen hohen Taillienstlipp machen, der nicht so voll quetscht und sowas so ganz locker ansitzt, auch noch mit einem coolen Stoff, der mir gut gefällt. Und da seht ihr jetzt gerade, wie ich das Ganze zusammennähe. Also immer schön die beiden schönen Seiten nach innen, die beiden Seiten natürlich schließen und dann am besten mit einer Overlock oder mit einem elastischen Stich an eurer Nähmaschine. Das geht natürlich auch total gut. Dann einmal ringsrum die breitere Seite von euren Stoffstücken, also das, was jetzt ein bisschen länger ist, natürlich an die Schlüpferseite nähen und dann kommt oben das Gummiband dran. Und das ist ein bisschen tricky, da müsst ihr eben kurz gucken, weil das ist ja so gespannt, dass ihr die beiden Nähte an den Seiten fixiert und dann nochmal so andersrum zieht, sodass ihr das Gummiband auch überall gleichmäßig verteilt einnäht. Das geht ganz rucki-zucki, dass ihr plötzlich irgendwo den Stoff sehr gedehnt habt und irgendwo gar nicht. So, beim Einnähen dann schön das Gummi nach oben legen, aufpassen, dass keine Fäden dazwischen gucken. Da könnt ihr euch immer schön am Rand orientieren, dann näht ihr das Ganze auch gleichmäßig ein. Ja, und so sieht er jetzt aus, wenn der fertig ist. Ich finde, das sieht richtig cool aus und wenn ich jetzt mein Kleid nämlich drüber anziehe, dann habe ich hier an der Seite nicht diesen doppelten Hubbel von dem Gummiband, was sich einzieht und auch vorne nicht, weil nämlich der ganze Stoff von der Unterhose und vom Schlübbi schön über diese runterhängende Bauchhaut drüber geht und deswegen sich natürlich auch nicht nach außen abzeichnet. Also wenn ihr guckt, normalerweise würde hier das Gummiband sein, das zeichnet sich dann natürlich alles auch nochmal viel mehr außen ab. Und auch hier an der Seite, das sieht man ja ansonsten immer ganz genau. Ja, so sieht der ganze Taillenslip jetzt aus und ist saubequem und lässt sich super gut tragen. Hier sieht man auch meine Haut nochmal an der Seite, würde sie sonst auch auf jeden Fall nochmal nach unten lappen und durch das Gummiband, was dann an der Stelle sitzen würde, auch auf jeden Fall nochmal das Ganze betonen. Ich kann das auch noch als Body Shape Effekt machen. Ich könnte das Ganze noch ein bisschen enger machen. Ich kann euch das gerne mal zeigen. Wenn ihr daran Interesse habt, lasst mir doch einfach ein Herzchen oder einen Daumen hoch da, dann sehe ich, dass ihr daran interessiert seid. Und dann mache ich euch gerne auch nochmal eine etwas höhere Variante mit ein bisschen festerem Stoff, sodass der Bauch auch wirklich eingehalten wird, also quasi ein Body Shape hat. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Nun war ich auch motiviert, mein Kleid zu Ende zu nähen. Unten muss ich nochmal gucken mit der Länge, aber oben habe ich jetzt so turkisfarbene Bündchen eingearbeitet. Das ist übrigens das einfachste Kleid der Welt. Das ist eine Maßanfertigung. Das könnt ihr kostenlos mitmachen, den Kurs bei uns, bei Kaltze Online Kurse. Ich blende euch das mal eben ein. Da, Kaltze Online Kurse. Stoff gibt es bei Stoff-Junkies. Also wenn ihr Lust habt, das mal... Das bin ich und mein Mann. Süß. Wenn ihr Lust habt, das mitzumachen, kommt doch mal vorbei.